Hallo, ich habe noch eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Das sieht doch schön lecker aus. Bitte schön. Nee, danke. Ich habe sowas nicht. Nicht? Nee, ich auch. Aber da ist es auch lecker. Nee, das ist eigentlich nicht. Mit Fleisch. Ja, ich bin Vegetarier. Ah, okay. Na, das verstehe ich. Das verstehe ich. Dann packe ich den wieder ein. Ja. Und dann gehe ich. High five. High five. High five. Sehr gut.